Eine wahre Lady, Lisa Freidinger. Ich bin Marketing- und Eventmanagerin und mich kennt man aus dem Sommerhaus der Stars in der Öffentlichkeit. Ich war sehr, sehr überrascht, dass du deine Ex-Lebenspartnerin hier eingeladen hast. Also wir teilen auch noch gewisse Dinge. Ja, Sex. Ich steig da nicht drauf ein, weil ich denk mir, das ist irgendein alte Fuchtel, dass du da hingehen, wo der Pfeffer wächst. Die ist mir so scheißegal. Für die klassische Rollenverteilung, also ich als Frau wird mir nie mehr am Anfang halten. Wer möchte denn zuerst in die Kiste gehen? Steine Schere, Papi. Oh, du hast das sexy. Ja, das Gute ist, Männer sind so berechenbar, dass es so einfach ist, eigentlich mit ihnen zu leben. Wenn man nicht viel fordert. Ist Paula ein bisschen vorne? Okay. Würdet ihr miteinander schlafen für einen guten Zweck? Das ist der Kanzel. Da braucht man keinen guten Zweck. So. Genau. So. 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 So.